Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tech-It-Light, Mitte bei 85, Mittag. Und Josios, der genau dort ist. Da ist er. Wo? Da ist er. Direkt über dir. Ganz da oben. Ja. Hast du gerade hier Felder angepflanzt? Nein. Wieso sollte ich... Was sind da diese Dinger? Kartoffeln. Alles? Ja. Ja. Echt, sieht da komisch aus. So, jetzt wollen wir das Dorf hier beleuchten. Oh. Oh. Oh, jetzt ist der Herr lang. Das ist dunkel. Habe ich Nachtsicht drauf? Nein, habe ich nicht. Wieso? Also, wenn ich Nachtsicht auf dem Helm hätte, dann bräuchte ich keine Fackel. Ja, dann brauchst du das Dorf aber. Ja, das Dorf braucht Fakten. Unser Dorf soll schöner werden. Oh. Oh. Ah, ich war beschossen. Ah, da unten viel zu viel Action. Nein, 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 nein. Ich geh mal zurück und hol was. Aus einem sicheren Home. Wieso? Oh, was? Hä? Hä? Was? Ja. Wie, du wirst beschossen. Ja, von den... Da unten. Okay. Sie sind aber wirklich böse. Ja, ja. Da unsere Querylöcher. Sehr übersichtlich. Eine Katze empfängt mich. Nur eine? Aber die anderen sind leider gestorben. Hm, ein Altersschwäche. Also ich. Altersschwäche von David. Ein von mir. Okay. Ach so, das war der gleiche ungewandelt in Glas. Okay. Aber wo? Könntest du vielleicht noch ein bisschen Glas mitbringen? Ja, wie viel brauchst du? Ach, nicht viel. Irgendwann Gasscheiben bloß. Gasscheiben? Gasscheiben, ja. Sehr besser. Also nicht Glasflöcke, sondern Glasscheiben? Okay. Ja, sehr viel besser. Okay. Da bringe ich dir mal beides mit. Äh. Ebel? Hebel, 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 Hebel. Hebel, Hebel. Hebel, Hebel, Hebel. Aber keine Fackeln. Klar. Das wäre aber echt keine Fackeln. So. Wir haben vorhin alle mitgenommen, du. Alle 23 haben wohl mitgenommen. 23. Okay. Ja, wir wollen mal ein bisschen mehr machen. Wir haben 20. Wir wollen mal kurz, wie weit ich... Überritt. Tür. Danke. Gucken wir mal kurz, wie weit ich mir rieße. Wie muss es dann draus tun? Oh, sie hat schon wieder Materialien drin ohne Ende. Das ist super. Und dann baut sie auch ab, oder wie? So, wie ist es denn? Wie ist es jetzt schon? Oh, wir haben Karotten hier. Okay. Ja, das haben wir am letzten nicht gehabt. Nee. Schnell mal zum... Fliegen wir zurück zu uns. Dann sag ich dir auf unserer Maschine gleich, dass sie das auch anbauen soll. Ja, das wäre nett. Ja. Dann bleibe ich kurz auf da, dann legen wir uns kurz hin. Ja, Leute, so sieht das aus. Rest pur. Dorfssicherheitszentrum. Ah, schlafen. Ah, Juhu. Ja. Ist die Tür auch wieder zu dick? Äh, nicht dick, sondern zu dün? Nee, ich muss erst mal Gas geben. Okay. So. So. Also, ich habe fast drei Stacks Fackeln. Aber da bauen wir jetzt keine Eisenbahn hin zu diesem Dorf. Nee, da blieben wir. Also, wir haben jetzt 15 Smaragdorf. Also. Und für was? Ja, für den, ähm... Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, das wollte ich jetzt noch wieder rausnehmen. Süß, genau. So, das heißt beleuchten, 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 beleuchten. Leuchten? Genau. Ich such mal diesen hier, ähm... Wie viele Menschen da, der die Sachen verkauft für, ähm... Ja? Das ist Magic da. Mystic-Ding da. Ich frage mich, wie du über ein Gebirge geflogen bist. Ich habe ja Lust, dieses ist zwei Berge dazwischen. Keine Fragen. Okay, gut. Gut, aber das ist der, gut. Ja, Dorfbewohner, ihr seid beschützt durch einen Eisengolem. Ich frage mich, wie viele, drei Diamanten, um das nächste Page zu kaufen. Holen. Der 3D, er ist raus. Ja, ja, keine Smaraggen. Und wir halten dann ja je nur mit Smaraggen. Also eine Fressat habe ich ja schon. Hm? Also. So. Aber es dürfte jetzt hell genug sein. Hm. Tap, 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 tap. Ich fühle mich dort nicht. So. Okay, besser. Titel. Yo. Ja, das war es dann auch schon wieder hier. Ey, war es schon wieder? Nein, nein. Das meine ich nicht. Ich meine bloß, ich habe ja auch da. Ach so, dein Haus. Ja, das schicke Haus. Hoha, das machen wir bei Nacht begutachten. Mhm. Du warst born. Und wenn nicht, dann holen wir den Junkloader von anderen Dorfen und setzen ihn hier hin. Aber leider bauen ja die Dorfbewohner ja nicht selbstständig ab und an. Das ist doch so. Ja, solche kriege ich mehr, Henry. Ja, das ist schade. Ich will nicht viel besser, wenn das so wäre. Mhm. Ja, auf einmal hast du hier so eine riesigen, so eine richtige Stadt auf einmal mit Ghetto und Eisgeräusern und Einkaufszentrum und hast du nicht gesehen, wo die Fuchs die Hasenbeine hat, ne? Also, ja, wir haben das gepflastert auf jeden Fall. Könnte ich mir nur noch vorstellen, dass auf den Dächern vielleicht was bornen könnte. Da war Schackeln hin. Ja. Ich habe nur noch zwei. Kommt mehr? Ja, was ist das hier? Und? Also, der Glöckner von der Verdamm kommt jetzt nicht mehr. Das auf jeden Fall. Das reicht schon. Warum eigentlich? Hä? Warum eigentlich? Was? Was hast du gemacht? Ja, anpassen. Achso. Anpassen. Jetzt sind wir überdurch. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.